Guten Morgen Leute, wuss geht's, euer Kimbaba, wir sind am Start mit einer weiteren Folge und auf Warschip, diesmal mit meinem japanischen Schlachtschiff Dek-Kongo, wie ihr seht. Let's do it, let's go! Und wir haben einen Teamkiller, sogar zwei Teamkiller im Match. Schöne Schiffe, die Scheranke Schiffe sind bereit, aber im Endeffekt, die Dinger sind ja alle bereit, diese Scheranke Schiffe, ne? Weißt du, die Deutschen? Die Deutschen Schiffe sind wohl ein bisschen breiter. Die amerikanischen, oder? Aufklärungsflugzeug in der Luft! Habe ich ihn getroffen, ja? Ich glaube nicht. Soll ich schon wieder ab? Gegnerischen Kreuzer gesichtet! Gegnerischen Zerstörer entdeckt! Gegnerischen Zerstörer entdeckt! Ah, ich schade! Der Berg, der Berg, der Berg! Gegnerischen Kreuzer entdeckt! Gegnerischen Zerstörer entdeckt! Gegnerischen Zerstörer entdeckt! Gegnerischen Kreuzer entdeckt! Gegnerischen Zerstörer entdeckt! Gegnerischen Zerstörer entdeckt! Gegnerischen Zerstörer entdeckt! toesch! Beklarischen Zerstörer entdeckt! Wes Eberich, wer willig? Jan, Radiesch! Ruf den Ball an, die Fuhr-Attacker. Die alte Fuhr-Attacker. Ich glaube, hier habe ich gleich noch ein ernstes. Passiert noch gleich. Irgendwas ist mir noch im Graben. Ich will auf jeden Fall den Flugzeugträger wegholen. Schon mal klar. Gegnerischen Kreuzer entdeckt. Gegnerischen Flugzeugträger gesichtet. Gegnerischen Kreuzer gesichtet. Gegnerischen Flugzeugträger. Gegnerischen Flugzeugträger. Gegnerischen Flugzeugträger. Gegnerischen Flugzeugträger. Gegnerischen Flugzeugträger in der Heimatcus der Feierhaltission comigo programa. Dегnerischen Flugzeugträger Gegnerliche Flugzeugträger in der Ahrlinge trusting địge mit G том sie und vom Ziel hatte azt die Hanauer ist. Feueralarm! Problem gelöst! Beständigter Einschlag! Feueralarm! Mal schauen wie viele ich wegkrieg du! Volle Breite! Torpedos auf Steuerbord! Der letzte ist meiner! Erste Navi! Wunderbar! Wir haben einen gegnerischen Kreuzer versinkt! Höhenbruch! Wasser drängt schnell ein! Fack, Alter! Hat mich die New York zerstört! Aber trotzdem... Ich hab mich gut geschlagen! Muss ich... Finde ich selber! Waren natürlich sehr viele Leute jetzt in meiner Ecke! Hab' alle auf mich geballert! In New York! Ich bin zufrieden eigentlich mit dem Match! Außer dass ich jetzt... Dereckt bin! Versenkt worden bin! Sonst war ich immer empfindig zufrieden! Boah! Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen! Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen fetten Daumen oben! Wenn ihr keine weitere Folge mehr verpassen wollt! Lasst ein Abo da! Und aktiviert die Glocke! In diesem Sinne... Würde ich sagen... Bis zur nächsten Folge! Euer King Baba! Ciao, ciao!